Herzlich Willkommen zur weiteren Folge Seven History. Wir machen heute jetzt mal eine schöne Tour. Ich werde mal schauen, ob hier überhaupt nichts mit ist. Zange? Autos aneinander nehmen, heißt die Frage. So gucken, ganz nah haben wir nicht bei. Wir brauchen die Zange. Wir brauchen die, damit die Autos die montieren können. Die Wand ist hier soweit fertig. Später waren noch ein Bußbohr ein bisschen, aber gehen noch tiefer, damit die Decke auch noch machen können. Aber alles einem anderen. Zuerst Benzin besorgen, um entsprechend Bergbau voranzukommen, Richtung Blei. Wir haben Vorräte mit, wir haben was zu trinken mit, Munition. Ich wollte noch die Zange mitnehmen. Dann haben wir die. Schauen wir brauchen wir keine, aber die Zange will ich haben. Also die, damit wir Autos aneinander nehmen können, dann können wir ein bisschen mehr, haben wir hier zwei irgendwo schon. Auch das heile. Na ja, besuch. Wo denn? Bevor ich vergesse, ich will noch Kamera unterstellen. Oh. Das ist jetzt alles, ein Stück. Das ist so genannte Schreierin. Dann gehen wir hier, hier sind wir sicher. Ich wollte gerade losziehen. So. Das ist mir ein Zeichen. Wir gehen aufs Dach. Dass ich zwölfe. Doch. Oh jetzt ist egal gegen hinterher saun ich brauche die freiheit und können bespeichern drei so jetzt mal ganz vorsichtig wegnehmen so und auf 2g waffe wir können ja nicht hoch aufgehen wollen die schreie wenn es da ist der neue schubbohrn hier aber auch schon na Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich sah, ich zieh los um die Looten, ne? Ja, scheiße was. Was hab ich jetzt? Zerschlagen die ganze Bude hier. Das war ja so nicht geplant, ne? Und da vielleicht? Trau nicht runter. Und da vielleicht. Das Loch hab ich gerade repariert. Zeig die mir, oh komm. Ja. 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 Was ist das? Was ist das? Ja, ich muss mal bauen. Zwei Stellen. Wahnsinn. Machen wir mal so. Und dann werden wir sehen, dass wir losziehen. Und Benzin holen. Da wo wir Stein abbauen können. Für Beton. Und dann hier sauber stärken hier. Oh, lieber so. Ja, und die Dinger können wir hier lassen. Das ist kein Problem. Baut Benzin. Und Modulierung und so weiter geht. Geht's doch gar nicht. Wo haben wir unser Style da? Pistole ist alle. Leider. Das heißt, wir mal hier die drei aktivieren. Machen wir zu. Jetzt gehen wir los. Jetzt haben wir noch zwei Minuten Zeit. Das war die blöde Scheierin, die alle anlockt hier die anderen. Das ist von Mal zu Mal schwieriger. Und dann muss ich mal in Zukunft. Ja. Ich muss einen Kram sehen. Das ist auch nichts. Kram ist der erste Anfang. Dann habe ich mir Zeit zum Abballern. Also. Geht's hier noch raus. Ja, mal gleich ein Gamma zurückstellen. Ich bin noch nicht exig. Entschuldigung. Apropos Blutmond. Sieben Tage. So. Das sind sieben Tage. Wieder ein bisschen Action haben. Was wollt's, ne? Zwölf. Ja. So ist das halt. So ist das halt, ne? Ja. Das heißt, wir müssen Fahrrad. Also Fahrrad ist hier vorne. Ich wollte Gamma zurückstellen. Ist ja auch nicht exig. Das ist noch ein bisschen zu viel. So. Und heute ist noch ein Wetter, ne? Ja. Wie gesagt. Wir haben hier vorne schon gut ausgerüstet. Also Dachstacheldraht. Hat gar nicht viel gebracht. Oh Gott. Das haben sie komplett, komplett weggerubbt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, wirklich alles. Und der durch den Gang dahin und dann von da schießen, ne? Wäre eine Option, ne? Dann kommen wieder flüchten. Naja. Eine Theorie. Jedenfalls müssen wir mehr Teile bauen. Und wir brauchen einen Graben. Den Graben muss ich graben. Und dann geht los. So, fahren wir wieder. Und sie. Ups. Ups. So, das kann man sehen. Geben wir Gas. Die Stadt. Die ersten Autos, die wir sehen, die wir anbauen. Brauchen wir einen Teil auch mithalten, was ich haben wollte. Brauchen viele Steine, viel Beton. Das ist das erste. Dann brauchen wir einen Teil auch mit. Eisen habe ich da. Wenn wir jetzt Steine fördern, haben wir auch Eisen. So, machen wir ganz vorsichtig. So, und dann geht los, ne? Wollen wir sehen. Also, Munition brauchen wir auch. Aber wir müssen sehen, dass wir heute im Prinzip jetzt Benzin kriegen. Damit wir kräftig in unterm Keller Steine bauen können. Und Erz für, ja, für unsere ganze Geschichte. Neu. Das ist schon mal nicht schlecht. So, dann wollte ich mal das Denk nehmen. Drei. Abbauen. Und zwar, wir brauchen Benzin, ne? Kriegen wir auch. Andere Teile, wichtige Teile. Wichtige XP. Benzin. Ja. Wenn wir viel Benzin haben, können wir auch schnell und tief arbeiten im Keller. Und. Den habe ich also nicht. Naja. Da hat noch ein Auto. Diese vorwiegend Auto heute. Und. Wenn wir mal sehen, was für ein Haus wieder berennen werden. Und. Wenn wir mal sehen, was für ein Haus wieder berennen werden. Ja. Das ist gut. Batterie. Ja. Und Benzin reichlich. Feder. Wir brauchen mindestens noch einen zweiten Ofen. Um mehr. Äh. Hatte ich nicht. Hatte ich nicht. Äh. Leer gemacht. Zweiten Ofen für. Für. Ach. Sag schon. Für. Zement. Einen für Eisen. Ja. Da können wir entsprechend mehr fördern. Oder Hersteller. Oder Hersteller. Auch heute nicht. Ja. Dach ist das beste. Wenn man keine hoch kann. Sonst hast du die Probleme. Da hast du die Bibliothek. Glaube ich. Ruhe Tankstelle. 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 Danke mal. auch leer. Böecker. Na ja. ist die gute Idee. Aber da steht ein Auto. Und da kann man die ausräumen. Ah. Okay. Benzin. und gut. Ah. Ah. Das ist gut. Da bin ich da. Ich habe das alles. Und hier bin ich da. Aber das ist das nicht. Aber das ist das nicht. ja und kriegen ja und sagen die war schon gewesen haben wir so viel drin also erster linie brauchen benzin das kann so richtig und ober dem kommen die heute brauchen ja mindestens einige tausend liter um da voranzukommen so mal gucken wir waren gewesen dort ersten haushaue noch nicht die uhrzeit um 18 nehmen wir aus das ist meine heutige hauptaufgabe wie man ganz kurz gucken was wir im fahrrad ansorgen können hat man nicht bretter kann ich ausnehmen ist auch weil wir nicht so viel kriegen batterie gut das können wir nicht decken beziehungsweise haben wir kaum finden dort nehmen wir haben keinen dazu da braucht man schon klar aber auch keine dafür schon können wir hier lange brauchen wir nicht können wir neu bauen doch festen wo ja das andere können wir auch schon stecken das decken hier was und drin trinken genau die ausdauer werden aufrechnen also ein bisschen schwach 109 dazu jetzt müssen wir essen wer viel arbeit muss viel essen gut mal gesagt so haus später wir gehen immer die autos ansorgen natürlich hier wieder batterie aber gut benzin ist gut das ist sauer wie ein autoklau ne weg 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 das ist we gleich das ist nicht das ist das ist das ist das ist Boah. Ich habe die Munition gekriegt. Aber nicht aufgenommen. Ja. Ja. Der ist mal der. Haben wir also doch ein bisschen übersehen. Ah, Bretter. Eisenteile, Eisenbahn. Gut, da haben wir schon alles geholt, aber so eine Sache nicht. Nehmen wir alles mit. Hier im nächsten Haus war der Bär. Dann gehen wir lieber nicht rein. Heute mal ein Ziel, Benzin. Klar, wenn man raus mit dem Weg läuft, kann er gerne Breitkosten. Aber das Gewähr ist nicht gut, da sehe ich gerade mal. Der andere war besser gewesen, als ich hatte. Das ist doch nicht so. So. So, da noch ein Auto. Ja, alles sauber, keine Minen. Nehmen wir mal sauer. Motor. Kommt mal nicht raus, da drinne. Schnell weg. Möchte keine Besucher haben. Wettpack und Möchte. Wettpack und Möchte. Nehmen wir alles mit. Ja, so ist das. Ein Ohr irgendwo draußen. Wo sind die? Dann können wir den zweiten ausstellen, theoretisch und ein Werkbank auch. Und dann noch, wenn es geht, in den zweiten. Dann können wir die Möglichkeit dafür produzieren. Wie notwendig. Also immer ein bisschen Dressere haben. So brauchen wir nicht mitnehmen. In erster Linie Benzin. Denn heute ist 17.11. Wollen wir uns beeilen, wir brauchen zurück. Um 18 Uhr noch einen Weg machen. Ne, beide sind XP sammeln. Auch nicht schlecht. Ah, derzeit ist mal pariert. Aber jetzt müssen wir. Natürlich ein bisschen blöd, dass wir so wenig Gepäck haben. Ich glaube, es ist auch 3.000 Benzin. So. Wollen wir unser Fahrrad holen. Wollen wir unser Fahrrad holen. Es istbig. Das ist nicht herausragend. Jetzt sind die Feynamb Sch aimer. die haben sich frei gekämmt die burschen nicht locker und ich fahr zum nächsten auto hier können wir noch viel abräumen müssen nur mehr zeit haben 18.07 Uhr nach 19 Uhr geht es zurück links rechts da sind noch zwei autos packen wir mit rein das können wir noch reinpacken motor keine autokühle messing bad messing kann man auch gut verwerten das wäre noch mal ein bisschen munition herstellen können später gehen wir weiter mit dem auto so zurück zum fahrrad jetzt haben wir bald 19 Uhr fahre noch einen anderen weg zurück ein bisschen und dann können wir sehen ob wir noch irgendwo sein Team bekommen Auto mit dem Haus gehen wir nicht rein machen wir hier geradeaus wir werden die Stadt kennenlernen hier oh viele Autos und viel Müll was gut Wahnsinn Doppelform das soll es heute gewesen sein ich danke fürs reinschauen ich werde noch zurückfahren das Auto machen wir noch mit und dann fahre ich mal allein zurück passiert normalerweise nix buche ich das gut wir sind immer gut wenn ihr mal dabei sein wollt soll ich mal im Keller bohren einfach mal kommentieren ansonsten geht nicht los mit Ausbau der Basis wir ziehen den Rahmen herum und vieles weiß das soll es heute gewesen ich danke fürs reinschauen dann seid mal Füße und wenige Winkel auch noch ein Auto ein Auto nehmen wir mit wir brauchen noch Benzin dann haben wir mit einer anderen Stelle auch mit dem hauen am ab heute nicht aber ein ziel ist gut die sauerung auch wegnehmen hier die bau mehr immer schauen ob man den kühler ausmessigen ist dann kann man einschmeißen und kann man dann darfst du mir das einzige was wir nicht können herstellen betonenhosen leber ist gut solider das war jetzt echt los dann seid mal wie grieke schau bis zum nächsten morgen